So, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Du hast Plätze, um zu sein? Ich bin dein bester Geist. Ich bin dein bester Geist. Du wirst uns das eventuell mal angucken. Ich bin dein bester Geist. 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 Dann gehen wir raus. Hm, heute gibt es ziemlich die Leute. Wir sind heute hier heute. Woher starten wir? Hm, Clara. Ah? Ah! Du meinst die kleine Frau in Rot? Ich erinnere mich. Ich habe sie in der Überwelt, in der Frau Branya-Succession-Ceremonie gesehen. Ich weiß nicht, ob sie uns keine Leads geben kann, aber es ist immer gut, zu einem Freund zu sagen. Basisch Gürtis, oder? Ne, scheint aber alles zu gehen. Es scheint aber alles zu gehen. Die Frage ist halt, machen wir den, machen wir den Account, lassen wir den so laufen? Oder machen wir den alten? Ich bin mir da unsicher. Das Kind ist wirklich etwas. Schön, dich zu treffen, Clara. Was bringt dich zu dem Roboter-Settlement? Na ja, etwas strange ist in der Settlemente. Ich frage die Chronops, die nebenan leben leben, dass sie nicht mehr werden können. Etwas strange? Kannst du irgendwelche Details sharen? Na ja, letztendlich hat viele kleine Roboter in der Settlemente angefangen, zu erinnern. Es ist wie sie... ...malfunktioniert, plötzlich. Alles im Moment. Sie haben angefangen, zu erinnern. Sie haben angefangen, zu erinnern, in den Tenten der Menschen, zu erinnern. Es war ein echtes Herz für die Menschen, die hier leben. Herr Sparrow hat die Roboter-Settlemente für Irregulativen. Aber die Ergebnisse kamen wieder normal. Also... Ich glaube nicht, dass es ein Problem von hardware ist. Sie sind nicht geregelt. Also haben sie nicht funktioniert. Ah, das stimmt. Well, da sind wir schon hier sind. Clara. Wir helfen dir zu untersuchen, was passiert mit den Roboter-Settlementen. Aber Sie haben nicht nicht etwas wichtiges zu machen? Das wird gut. Wir haben andere Menschen in der Unterwelt gehen und zu den Untersuchungen, auch. Aber wir haben noch keine Ahnung, also können wir etwas benötig machen. Ah, vielen Dank! Ich habe Angst, um die Roboter zu behandeln, aber mit Ihrer Hilfe, sollte es einfach sein. Das Ziel der Silvermane Garten ist, um die Menschen zu helfen. Also, wo können wir diese Roboter finden? Clara, kannst du den Weg führen? Natürlich, einfach mit mir! Just follow me! Das ist halt das Ding, ne? Auf dem anderen Kanal hätten wir halt alles. Hat mich schon auf den nächsten Monat gefreut. Jetzt kommt Hogwarts Legacy 1. November. Boah, ich hoffe, jetzt verschieben das noch ein bisschen. Aber viel Zeit habe ich überhaupt nicht. Die sollen die ganzen Spiele nach hinten schieben. Oh, das ist genau. Was ist los? Oh, hier gehört hin! Woop! Oh! Oh! Oh, ja! Oh! Konflikt ist am lieb. Oh! 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 Oh, ja! Oh! 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 Version auf November verschoben. Oh, das ist natürlich bitter. Das ist natürlich bitter. Sind alle die Roboter in der Settlemente so? Nein, es muss nicht funktionieren. Ähm, sorry, kleine Roboter, aber es sieht, wie du schickst. Ähm, ich werde deine Schilder entfernen und dir eine Check-up geben. Schau. Dieser Komponent... ...ir scheint nicht hier zu sein. Claire, kann ich sehen? Oh, natürlich. Keine Werte. Dieser Komponent wurde von Gears und Wissen genommen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Der Wal schwimmt, ne? Ich sag's nur Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 So Ein paar Roboter hier verknallen Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 서 팀 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 ulated ог聲, 2017 und danach zwei Jahre eben ja schon viel weiter weggelaufen aber gut leise das kannst du laut sagen ein roboter kann uns auch be a lot of sculpture parts jammed in zwei da fällt uns der andere Kifoli! So, was ich so aber glaube ich nicht mitbekomme, ist, dass wenn mir einer folgt, oder? So, was ich? Okay. Smooth sail. Phew. All finished. This robot will reboot on its own after a while. Let's leave him be. Miss Paola? Here's all the sculpture pieces I found. Good work, Clara. Let's see here. We still don't have anywhere near enough. To be honest, I'm a little worn out myself. I know. How about we go talk to Mr. Sparrow? He might not be able to round up the robots, but I'm sure he'll have some good ideas. Um, I've never met Sparrow before. I heard he's not easy to get along with. Don't worry. Mr. Sparrow has warmed up to guests a lot more now. I'll explain the whole situation to get along with. Here, this way. Okay, that's kind of how we're in the grip. Hm. Nee. Ich müsste irgendwie auf Streaming, auf Stream Elements. Wobei, nee, die Overlays. Ich benutze jetzt ganz andere Overlays. Hm, 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 hm. Hm, hm. Kam bei dir, wohin, als du gefolgt bist auf Twitch, hink wie, ein, ein Alert oder so? Okay. Es ist wichtig für mich, um meine Appreciation zu verdienen. However, die Origin von diesen Komponenten ist nicht bekannt. Und sie haben keine Praktikale Utilität. Es ist schwierig, ihre Wert zu bezeichnen. Suspitäts Komponenten? Können wir sie sehen? Wie du willst. Ich und meine Freundin sind aus dem Museum. Die Kinder haben viel mehr gefunden, als wir verabschieden alle diese Roboter. Was ein Verzicht. Ich und meine Freundin sind draußen. Auf der Seite haben wir ein paar Grön-Ups gesprochen, was sie mit den Parten zu tun haben. Es scheint zu spüren, sie fühlten sich ein bisschen neugierig. Wir sind in den Schatten und warten, bis wir sie zu hören. Und dann, und dann, wir gerissen, die Boxen mit den Parten in, und, und wir haben sie zu Mr. Svarog. Das war wirklich risiko. Wenn die Grön-Ups aufgewachsen sind, könnten sie sehr gefährlich sein für sie zwei. Wir haben nur versucht, zu helfen. Oh, was? Keine Worte! Uh, hör mal, diese Parten nicht an den Mr. Svarog, aber sie zwei waren noch eine große Hilfe für uns. Ich bin nicht möglich, die Logik hinter dieser Reihe von eventen, aber wenn Sie sagen können... Excellent job, kleine Frau. See? Ich habe gesagt, Mr. Svarog hat mich auf die Gäste. Ich habe gesagt, wir waren eine große Hilfe. Weren wir? Awesome! Mit diesen Teilen, wir sollten genug haben, um die Sculpte wieder zusammenzubringen. Mehr oder weniger. Das ist nicht gut. Wenn die Kinder gesagt haben, dann die Museum-Upsen haben die Operativen in der Settlement gearbeitet. Ich werde sofort mit den Wildfire und den Silvermanen Gärten in Kontakt mit den Wildfire und den Silvermanen Gärten, und werde ich sie überprüfen. Aber für heute, wir müssen die Parten zurückkommen, oder wir werden hier all night sein. Okay, das war's für diese Folge und für diesen Test-Stream. Danke fürs Zuschauen, fürs Mitmachen. Und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Haut rein und ciao!